Servus zusammen bei ARS24, ich stelle euch von PIONEER heute vor, das Doppel-DIN Autoradio SPH DA230 DAB mit Apple CarPlay, Android Auto und DAB Plus. Bei der ersten Betriebnahme kommt mir erstmal die Aufforderung entgegen, mit welcher Sprache ich das Gerät bedienen mag, in dem Fall wählen wir halt mal Deutsch aus. So, und so schaut unser Home-Bildschirm aus, mit dem wir jetzt in Zukunft immer arbeiten werden. Das Multimedia-Gerät von PIONEER hat kein eingebautes CD-Laufwerk mehr, weil wir uns hier tatsächlich auf alle digitalen Medien konzentrieren wie USB, wir haben einen Apple CarPlay Anschluss mit dabei über USB, wir können Android Auto machen und insofern brauchen wir diesen 7 Zoll Touchscreen Monitor, der jetzt insofern auch nicht mehr anwinkelbar ist, sondern der ist fest so verbaut mit dem Winkel wie er ist, er ist einfach gerade. Gehen wir weiter zu den digitalen Medien, wir steigen mal ein bei DAB Plus, wir haben jetzt hier DAB Plus gewählt, von unserem Hauptmenü aus hier DAB Plus, dann können wir über die, das sind jetzt die vorab gespeicherten Sender, die interessieren uns hier in dem Fall noch nicht, wir können jetzt hier über die Senderliste uns alle Sender anzeigen lassen, die das Gerät aktuell empfängt und können uns hier was auswählen, was wählen wir denn hier, zum Beispiel das Ding nicht, wir machen den Energy und den möchte ich jetzt auf 1 abspeichern und bam, klick, habe ich den auf 1 abgespeichert, kann das mit jedem anderen Sender natürlich genauso machen und habe jederzeit die geile Soundqualität, wie von der CD runter, richtig Power drin, volle Dynamik und natürlich eine riesen Senderauswahl, also DAB Plus gehört einfach dazu, zu jedem guten Autoradio mittlerweile. Zum Thema Bluetooth ist ja easy, da braucht man gar nicht mehr so viel Zeit dran, verlieren, koppeln, suchen, miteinander verbinden, kinderleicht, er zieht sich dann sofort das Telefonbuch runter in das Multimedia Gerät mit rein, kann ich dann also von hier aus bedienen, ich kann auch hier entsprechend nach Buchstabe dann wählen und sagen, ich möchte alles was H und kann mich dann in H bewegen oder ich kann auch natürlich die alten Anrufe, die ich getätigt habe oder eben verpasst habe, mir gleich hier anzeigen lassen und von hier aus weg wählen. Ganz wichtig bei Bluetooth natürlich auch die Siri Funktion oder eben die Sprachwahl, die taucht hier überall auf, wir können mit Sprache viel machen, jetzt würde er wahrscheinlich gleich sagen, was willst du von mir? Es geht hier um dich, Oliver, nicht um mich. Es geht um mich, Oliver, nicht um dich, wenn ich mache es mal ein bisschen lauter, so jetzt Telefonieren mit Moritz Angele wird angerufen. So also alles mit Sprachsteuerung, alles voll easy, voll cool, wir haben hier ein externes Mikrofon mit im Lieferumfang mit dabei, um für die beste Sprachqualität zu sorgen, insofern ein bisschen mehr Installationsaufwand für das Mikrofon, rentiert sich aber absolut und zum Thema Bluetooth Audio Streaming, natürlich kann ich auch meine ganzen Songs schnurlos über mein Multimediagerät SPH-DA230DAB wiedergeben, genauso wie Spotify, habe ich Spotify als App drauf, kann ich Spotify sofort hier in meinen Medien auswählen und direkt Spotify wiedergeben und auch entsprechend bedienen, halt Moment, da gehen wir mal zurück, hier oben haben wir unser Bedienmenü und da kann ich jetzt über die Bibliothek irgendwelche Songs abrufen oder Playlisten spielen lassen, und habe auch meine Coveranzeige von Spotify direkt auf meinem Bildschirm drauf und das alles schnurlos. Cool ist auch die Favoritenfunktion beim Telefonbuch, so dass ich meine meist gewählten Kontakte gleich in meinen Favoritenregister reinpacken kann und das brauche ich jetzt nur so machen, indem ich hier dieses Zeichen mit anklicke, also mein Lesezeichen, machen wir das gerade nochmal mit mit einem mit einem weiteren Eintrag, den Alex Osterloh, den packen wir da auch noch mit rein und jetzt haben wir schon drei Einträge gespeichert, kann ich dann also hier an meinem Favoritenmenü abrufen und direkt loswählen. Natürlich ist hier auch ein UKW Tuner noch mit eingebaut, für jemanden der noch auf alten analogen Radio Genuss steht, wir haben ein AUX-In als Klinkeneingang und wir können natürlich eine Rückfahrkamera mit dran anschließen und wir haben einen normalen USB-Anschluss, über den wir jetzt Apple CarPlay und Android Auto genauso bedienen können und anschließen können, wie das funktioniert zeige ich euch als erstes jetzt mal mit Apple CarPlay und dann gleich in Anschluss dessen mit Android Auto. Apple CarPlay an unseren USB-Anschluss, ein Verlängerungskabel von unserem USB-Rückseitigen Anschluss ist im Lieferumfang enthalten, stecke ich mein Apple Gerät an, kommt jetzt hier gleich die Aufforderung an die Apple CarPlay Funktion und BAM habe ich es hier auf meinem Display mit drauf, kann jetzt hier mit meinem gewohnten Button, den ich auch hier auf meinem Handy habe, immer mein Hauptmenü aufrufen, kann jetzt natürlich in mein Telefon mit hier reingehen und zwar direkt hier, es startet auch in dem Fall sofort, wenn ich auf Telefon gehe, die Sprach-Aufforderung über Siri, funktioniert also ganz cool, das hat er, jetzt nimmt er die ganze Zeit schon mit auf. Interessante Frage, Oliver. Interessante Frage, Oliver. Und kann jetzt hier natürlich meine letztgewählten Anrufe machen, die kann im Telefonbuch genauso mit umeinander suchen und ja, was haben wir denn sonst noch, wir haben natürlich über Apple CarPlay meinen Musik Player, wo ich meine Playlist und meine Alben und so weiter direkt abspielen kann, wie vom Handy aus und wir können, was natürlich sehr wichtig ist bei diesen Geräten, die kein eingebautes Navigationssystem drin haben, wir können jetzt Apple Maps hier direkt nutzen und navigieren, wie bei einer normalen Navigationssoftware, wo auf dem Gerät drauf ist, nur dass die jetzt eigentlich hier auf deinem eigenen Handy ist und wir das ganze hier wiedergeben können und voll bedienen können. Habe ich Spotify mit auf meinem Handy drauf, auf meinem Apple iPhone, dann habe ich das natürlich auch direkt als Funktion mit hinterlegt, das ich direkt anwählen kann als Medium. Zurück zum Pioneer Menü, können wir direkt immer hier auf dieser gleichen Position, da steht schon Pioneer drauf, jetzt habe ich wieder das ganze Pioneer Menü, wie es gerade gewohnt war und kann direkt auf Apple CarPlay wiederum umschalten und jederzeit wieder zurück springen auf die Menüfunktion von Pioneer. Mit Android schaut es ganz genauso aus, wir können über den USB Anschluss ein Android Gerät natürlich genauso anschließen, kaum habe ich mein Android Handy mit meinem Multimedia Gerät per UPS, per USB verbunden, habe ich auch das Android Auto Zeichen und kann direkt ähnlich wie bei Apple CarPlay genauso umschalten, habe meine Hauptfunktionen, wie eben mein Musik Player, den ich hier abspielen lassen kann, egal ob das Spotify oder mein eigener Musik Player, meine Datenbank selber vom Handy ist, wir können auf das Telefon direkt zugreifen und hier die ganzen Funktionen nutzen, wie man es eigentlich am Handy genauso machen könnten und wir haben auch hier die Maps Funktion, so dass wir Google Maps hier direkt nutzen können, auf dem Bildschirm auch hier direkt bedienen und die Spracheingaben machen können, alles vom Multimedia Gerät aus und auch hier gibt es die Taste zurück zum Pioneer Menü und genauso wiederum in Android Menü. Wir können das Gerät optisch noch ein bisschen aufpeppen, indem wir in das Menü für die Farbwahl reingehen und hier vielleicht auch mal einen anderen Hintergrund wählen, damit das ganze mal ein bisschen lustiger ausschaut. Wir können als Motiv, können wir hier zum Beispiel ein grünes oder ein blaues noch mal hinterlegen, die Beleuchtungsfarben hier unten können wir entsprechend auch noch mal anpassen und zwar in jeder x-beliebigen Farbe und die Uhr können wir auch noch anstellen, wie sie denn ausschauen soll, ich habe hier diese dicken fetten Schriftzüge und damit haben wir auch jetzt ein bisschen hübscheres Display im normalen DAB Modus oder in anderen Modus, wo ich meine Medien verschiedenartig höre. Zwei Kleinigkeiten möchte ich anmerken, was ich bei diesem Gerät nicht ganz besonders gelungen finde, was aber vielleicht durch eine neue Firmware ersetzt werden kann oder abgedatet werden kann, dass man hier nicht wirklich ein schöneres Zeichen hat als den, als das eigentliche Cover beim DAB, also das heißt normalerweise kann ich hier eigentlich das Cover anzeigen lassen, hier habe ich habe immer diese UKW Senderleiste, die mich anstrahlt, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so hübsch und dass man natürlich jetzt einen Hintergrund einstellt, aber der Hauptbildschirm immer so bleibt, wie er halt gerade ist und erst die Einstellungen, die ich vorgenommen habe, eben dann bei den verschiedenen Medien kommen, aber man kann auch darüber wegsehen, ansonsten ist das Gerät echt cool ausgestattet. Und wenn wir schon bei der Ausstattung sind, kommen wir zu den Klang-Einstellungen, weil wir haben bei diesem Gerät jetzt drei paar Cinch-Ausgänge, die grundsätzlich für Front, Rear und Subwoofer 4 Volt Power haben, damit wir eine Endstufe reinfahren können und dafür stärkt auf die Lautsprecher zu gehen, oder die eingebauten 4x50 Watt, die im Gerät als Verstärker bereits drin sind. So und wir haben ein 13 Band Grafik-Equalizer, den wir perfekt einstellen können, so wie ich das für mich als Klang mag, wir haben eine Frequenzweiche und mit der Frequenzweiche kann ich noch zusätzlich jedem Lautsprecher den optimalen Spielbereich geben, für den der Lautsprecher auch geeignet ist, kann also sozusagen auch für ein Front-System, den Bass wegfiltern, weil der 16er vielleicht gar nicht so viel macht und umgekehrt auch für den Subwoofer die Hoch-Mitteltöne wegfiltern, damit nur noch der Bassbereich übrig bleibt. Das kann ich für Front, Rear und Subwoofer separat in verschiedenen Frequenzstücken machen und auch mit verschiedenen Flankensteilheiten. Und jetzt kommt noch Laufzeitkorrektur, mit der Laufzeitkorrektur kann ich für jeden einzelnen Kanal sagen, wie weit er von mir entfernt ist, damit ich immer das Gefühl habe, ich bin im Zentrum der Musik, weil ich dem linken Lautsprecher, der im Fahrzeug normalerweise links näher an mir dran ist als der rechte, kann ich dem linken sagen, Laufzeitverzögerung, also spiel du ein bisschen später los und dann habe ich wieder das Gefühl, der Ton kommt zum gleichen Zeitpunkt an meinem Ohr an und damit sitze ich wieder im akustischen Zentrum von meinen Lautsprechern und das kann ich für jeden Kanal getrennt eingeben. Auch ganz cool ist das Einstellen der Menüfavoriten, also wenn ich was ganz Spezielles in meinen Menüs immer mal wieder verstellen möchte, meistens bei den Klangeinstellungen könnte ich mir jetzt zum Beispiel meine Frequenzweiche, gehen wir nochmal zurück, in das Favoritenmenü mit reinlegen, das heißt hier klicke ich meinen Stand hier an und zum Beispiel noch die Laufzeitkorrektur und da oben haben wir auch die Lautsprecherpegel bereits angeklickt und wenn ich jetzt da oben auf mein Favoritenfeld klicke, dann habe ich meine Menüstrukturen, die ich praktisch immer wieder brauche, sofort griffbereit und kann in die Frequenzweiche rein gehen, mit zwei, drei Klicks bin ich schon da wo ich hin will. Ebenfalls anpassen kann ich mein Sourcemenü hier, was möchte ich da oben stehen haben, dafür gibt es diesen kleinen Button, der sich dann ebenfalls aufmacht, wenn ihr zum Beispiel Spotify ganz oben stehen mag und zieht es einfach nach oben oder den iPod, dann auf Stelle zwei und damit kann ich mein Menü hier so einstellen, wie ich das für mich möchte. Für alle die das Gerät jetzt so cool interessiert, damit sie auch gleich wissen wollen, was ist eigentlich auf der Rückseite auch zu finden, machen wir das mal im Schnelldurchgang, wir haben einmal unseren Zentralstecker mit unserem ISO Anschluss für Lautsprecheranschlüsse vom Fahrzeug und Dauer plus Masse und Zündungs plus und Remote Ausgang für elektrische Zusatzgeräte wie Endstufen für das weitere Befeuern, um noch mehr Leistung in die Karre zu bringen. So und wir haben noch das grüne Kabel ist unser Handbrake, also die Handbremsenanschluss, den ich, wenn ich den Bildschirm für immer freigeben mag, auf Masse klemmen und wir haben noch einen Reverse Eingang für die Rückfahrkamera, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dass hier das Signal gegeben wird, damit der Bildschirm sofort umschaltet auf die Rückfahrkamera. Wir finden hier ebenfalls vor, einen Anschluss für einen Klinkenanschluss für Lenkradfernbedienung und zwar für das entsprechende Interface, was es dazu gibt bei uns im Webshop für dein Fahrzeug, der geht dann auf diesen Eingang, damit das Gerät selber weiß, wann klicke ich welche Taste an meinem Fahrzeug dran. Wir haben einen Mikrofoneingang für das externe Mikrofon von der Bluetooth Freisprechanlage, wo das externe Mikrofon ja im Lieferumfang mit dabei liegt, dann haben wir hier einen USB-Anschluss und zwar mit dieser USB-Verlängerung, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist und wir finden hier noch einen normalen Klinkenanschluss für AUX-In, von Klinke auf Klinke irgendwelche Zusatzgeräte mit dran anschließen, wunderbar. Und dann haben wir unseren DAB Plus Antennenanschluss, wo ich mir dann nochmal meine zusätzliche Antenne für DAB raussuchen muss und mitbestellen muss, damit ich den DAB Empfang auch genießen kann, weil ja dein Fahrzeug mit höchster Wahrscheinlichkeit nur mit UKW ausgestattet ist, wofür diese Buchse hier unten dran ist und ergänzt werden muss mit einer entsprechenden DAB Plus Antenne. Dann haben wir noch einen Rückwärtssignaleingang von der Rückwärtskamera. Wir haben unsere drei paar Cinch Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer und wir haben noch einen AUX-In für Video und für Ton. So und das war's, was anderes gibt es dazu nicht zu erzählen. Wer auf ein CD-Laufwerk verzichten kann, also DVD-Laufwerk, der ist jetzt mit dem SPH DA230 DAB sehr gut unterwegs, weil wir haben ein Doppel-DIN-Gerät mit einem tollen Display, von der Größe her, wir haben alle Medien mit drauf von DAB Plus über UKW, das alte Zeug halt und wir haben natürlich Apple CarPlay, Android Auto, DAB Plus, Bluetooth, Audio Streaming, mehrere Handys, was man noch erwähnen mag, bei Bluetooth, zwei Geräte gleichzeitig nutzbar, also das Geschäftshandy und das Privathandy sozusagen im Auto gleichzeitig dabei und eingekoppelt und bis zu fünf verschiedene Musikspeicher, Handy, im Handy abrufbar und sozusagen auch registrierbar. So und wem das jetzt noch nicht langt, weiß ich auch nicht, einfach mal zuschlagen und vorbeischauen bei uns im Webshop. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Olli.